In the most wonderful time of the year Pearl TV Ja, schön, dass Sie auch jetzt wieder eingeschaltet haben hier bei Pearl TV Und vielleicht fehlen Ihnen auch noch die perfekten Geschenke Dann finde ich immer so Geschenkideen, die man bekommt, richtig hilfreich Und genau das haben wir jetzt Und wir haben jetzt Geschenkideen für die Männer Also aufgepasst und nutzen Sie unbedingt diese Gelegenheit aus Um, wie gesagt, die Weihnachtsgeschenke zu bestellen Weil dann kommen Sie auch gar nicht in den Zeitstress Und ich würde sagen, wir holen uns mal das erste Geschenk zu uns Und schauen mal Geschenke für Männer Jawohl, Geschenke für Männer Ist natürlich für alle natürlich Aber das ist wirklich, was für Männer Das ist für alle, oder? Ja Also, es handelt sich um ein kabelloses Braten- und Fleischthermometer Die gibt es, die kennen Sie Die steckt man in sein Grillfleisch, in seinen Ofen Um den Braten richtig zu machen All diese Sachen Dann geht so ein Kabel meistens nach draußen Das hängt man dann irgendwo ran Hier haben wir jetzt eine kabellose Version Ja Schau so, in deiner linken Hand hast du die Ladestation Und rechts ist dann das Thermometer dazu Und jetzt ist ja da keine Anzeige drauf Ich kann ja auch nicht in den Grill gucken Das ist das Geniale hier Wir haben hier eine kostenlose App Mit der das dann alles super eben kontrolliert werden kann Gemacht werden kann Sie werden tatsächlich dann auch Wird Bescheid gesagt Ich habe die App hier mal aufgemacht Bei mir auf dem Handy Und die ist jetzt wirklich für Ja, absolute Novizen Eine absolute Laien Es ist so einfach damit Perfekt zu grillen Perfekt zu backen Das Thermometer stecken Sie ganz einfach In das Stück Fleisch In den Fisch In das Gemüse Was immer Sie machen wollen In den Auflauf im Ofen Und dann können Sie hier oben Auf der App Können Sie ganz einfach Hier Ich halte es mal an die Kamera Guck mal Hier drücke ich drauf Und dann habe ich hier schon die ganze Auswahl Was ich jetzt machen will Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Einen leckeren Hamburger machen will Auf dem Grill Dann kann ich hier auch noch wählen Ob es Medium sein soll Oder ganz durch Und dann drücke ich einfach Start So Und in dem Moment Wo dann Also im Moment haben wir 26 Grad Hier ist im Moment ein bisschen warm im Studio Wenn das dann fertig ist Dann kriegen Sie hier ein Akustisches Ein optisches Signal Und der vibriert auch noch Also das kann man da gar nicht verpassen Und dann glauben Sie mir Ist das perfekt zubereitet So wie Sie das haben wollen Es sind voreingestellte Ja Programme kann man fast schon sagen Für alles mögliche Für Fisch, für Fleisch, für Rind, für Wild Egal was Sie haben hier das richtige Programm Können Sie natürlich auch manuell noch einstellen Ja Aber das ist doch mal genial Ohne Kabel, ohne alles Das finde ich ja gerade perfekt Dass wir nicht dieses lästige Kabel hier drin haben Sondern wir haben es wirklich komplett kabellos Und ich glaube für jeden Hobbygriller Hobbykoch, Hobbybäcker Egal was für eine Richtung ist Das ist das perfekte Geschenk Mein Vater zum Beispiel Ist ein leidenschaftlicher Hobbygriller So und da muss das Fleisch Natürlich immer perfekt Perfekt gegrillt sein Egal ob gegrillt oder im Smoker gemacht So und da braucht man einfach Ein Thermometer Aber immer mit dem Kabel Das ist doof Und hier mit dieser Ladestation Und dann einfach kabellos Uns das Thermometer zu nehmen Und in das zu messende Objekt zu stecken Finde ich Ist richtig toll 35 Euro für ein solches Thermometer Ist sehr sehr günstig Weil die mit dem Kabel Sind in der Regel sogar teurer Und was ich hier auch toll finde Ist die App Dass wir das per Handy steuern Weil wir sind ja auch eh alle so viel am Handy Also in der Grillzeit Wenn das Fleisch gerade grillt Ist mein Papa eh mal am Handy Und stellt eine Uhr ein oder so Und warum dann nicht gleich noch mit auf die App gucken Um zu gucken Wie heiß ist denn jetzt gerade Mein leckeres Stück Roastbeef oder Rib Eye Also das ist natürlich Wenn man ein perfektes Stück Fleisch haben möchte Oder einen perfekt gebackenen Kuchen Oder einen Lachs Ist ja egal was Dann ist das hier Auf jeden Fall Das beste Geschenk dafür Ja damit kann jeder hier zum Barbecue Meister werden Ganz ganz einfach Das wird einfach nur reingesteckt Und dann haben wir hier Was ich auch cool finde Wir haben hier nicht nur einen Innenthermometer Sondern auch einen Außenthermometer In diesem Stab Da steckt es jetzt meinetwegen so weit rein Und er misst aber auch die Temperatur außen Gerade jetzt im Backofen Wenn dann die richtige Temperatur erreicht ist Kann man das dann nochmal genau steuern Also ich finde das genial Im Backofen ist nicht zu unterschätzen Wir machen uns gerne mal Ja so einen Auflauf Meine Frau und ich Und wenn man den am nächsten Tag dann wieder aufwärmt Ja Wir haben keine Ahnung Wie lange man das drin lassen muss Dass es wieder heiß wird Das stimmt Man will es nicht verbrennen lassen Man will es aber auch nicht kalt dann auf dem Teller haben Da kann man dann die Innentemperatur messen Ohne dass man ständig den rausnehmen muss Mit dem Löffel gucken Zu heiß, zu kalt Ja oder auch Babynahrung Also wenn man das hat Dann kann man es ja vielseitig einsetzen Wenn ich mir zum Beispiel Essen in der Mikrowelle erwärme Dann hat das zum Teil innen drin 240 Grad Und außen ist es noch kalt Und mit so einem Thermometer Kann man natürlich auch Die perfekte Temperatur des Essens allgemein Einfach mal überprüfen Ist es denn jetzt schon essbar Oder verbrenne ich mir jetzt die Zunge Weil es gibt nichts Schlimmeres Als sich die Zunge zu verbrennen Und da ist natürlich ein Thermometer perfekt Es ist wirklich für mich das perfekte Männergeschenk Na klar kann man das auch einer Frau schenken Aber wenn Sie noch ein Geschenk für Ihren Mann brauchen Dann ist das perfekt Oder wenn Sie sich selber beschenken wollen Dann ist natürlich auch Das ist natürlich auch ein schönes Geschenk Für einen selber Gerade zu unserem TV-Sonderpreis Von nur 35 Euro und 14 Cent Ja ich habe das noch nie gesehen Also ein Grillthermometer ohne Kabel Ohne Draht Das ist mal was Neues hier eben Ist auch eine Neuheit bei uns im Katalog Das ist übrigens die TV-Premiere Sie sehen es als Erster hier Wow Und ist einfach ideal Zum Backen, zum Grillen Sie wissen selber Wenn man Fleisch brät oder einen Braten Da sind echte Werte auf dem Grill und im Ofen Hiermit gelingt es garantiert Sie bestellen immer erst die ZX 7704 Und die 569 Und das nächste Geschenk Ist ein Geschenk wirklich für jedermann Also hier kommt es Ja wir haben eine wunderschöne Stableuchte In zwei verschiedenen Farben Und ich will Ihnen schon mal den Preisvorteil sagen Den Sie hier bei uns in der Sendung bekommen Das sind nämlich im Vergleich zu Pearl.de Bei der Lampe 90 Euro Der Preis Den habe ich noch nie gesehen Und der reguläre Pearl-Preis ist schon günstig Für so eine Lampe Das ist eine Stablampe Eine Stehlampe hier Die ist wirklich klasse Weil wir die ganz individuell hier einstellen können Die macht nicht nur einfach Licht Sondern wir können da Farben einstellen Wir können Muster einstellen Wir können Animationen einstellen Das Ganze geht über WLAN Wir können das sogar Wir sehen das hier mal Mit Alexa koppeln Oder mit Google Assistant Oder sämtlichen Smart Home Sachen Wenn Sie wollen Und das ist richtig klasse Mudi, du hast das so indirekt beleuchtet bei dir Das ist ein super Effekt Ja, also ich glaube das war meine Schwester Aber ja Ich liebe indirekte Beleuchtung Und gerade wie wir das da aufgebaut haben Bei mir im Wohnzimmer Finde ich richtig toll Dass es gegen die Wand strahlt Und dann hat man einfach so richtig tolle Hintergrundbeleuchtung Man kann ja auch wirklich jede Farbe einstellen Wie man möchte Man kann auch noch Szenen einstellen Also das finde ich richtig Eine richtig tolle Geschenkidee Ich bin auch ein sehr sehr großer Fan Von solchen Leuchten Aber ich weiß, dass die deutlich teurer sind Werden sie ja auch bei uns Deshalb finde ich es nochmal Wahnsinn Dass man hier 90 Euro spart 90 Euro Also für den Preis Den regulären Preis Können Sie hier vier Stück davon kaufen Oder drei Stück davon kaufen Das ist einfach eine tolle Sache Sie sehen hier Man kann auch Szenen einstellen Das heißt, Sie sehen das hier so Farbverläufe Da kann man dann individuell Die Stimmung dann eben machen dafür Und ich bin auch ein großer Fan Von dieser indirekten Beleuchtung Das was eben nicht so Immer eine starre Farbe haben Oder so Komfortabler Als mit dem WLAN Geht es nun wirklich nicht Ich habe gestern Abend Als ich gesehen habe Dass wir diese Lampe heute In unseren Männergeschenketrends haben Mal geguckt Was die bei Pearl.de kostet Und ich war schockiert Für wie wenig Geld Wir die hier anbieten können Also was das Wer da so viel Überzeugungsarbeit Gelastet hat Weil man spart so viel Geld Und 39,99 Euro Für diese Lampe Ist wirklich unglaublich Und das Tolle bei dieser Lampe Das muss ich nochmal sagen Man muss die nicht nur hinstellen Sondern man kann die auch Im Liegen Dekorieren Das habe ich nämlich auch schon gesehen Bei der Lampe Unter dem Bett oder so Und dass man die zum Beispiel Unters Bett legt Ja Aber auch auf einen Schrank Wenn man dann zum Beispiel Diesen Standfuß Das ist jetzt ein kleiner Tipp von mir Wenn man jetzt zum Beispiel So ein Sideboard beleuchten möchte Dann legt man die einfach so hin Und den Standfuß Macht man zum Beispiel Irgendwie in die Ecke So Und dann kann man die richtig schön Auf einem Schrank hinlegen Und beleuchten Mit dieser Lampe Hat man wirklich absolut keine Grenzen Also ich liebe diese Lampe Sie sehen das hier an der App Ich kann ganz einfach die Farbe verstellen Ich hoffe man sieht es ein bisschen Im Studio Wir haben hier natürlich volles Licht an Mit Scheinwerfern Aber ich glaube ein bisschen sieht man Jetzt habe ich es blau Jetzt mache ich es mal grün Man sieht es ein bisschen Ja Und dann haben wir eben auch noch Diese unglaublich coolen Szenen Und Modi Mit denen wir das hier machen Wir haben hier so einen Trail Modus heißt das Das heißt dass die Farben so Von oben nach unten durchlaufen Und wir können sogar Musiksteuerung machen Ja Und das habe ich eben mal ausprobiert Wow Das funktioniert Da ist ein kleines Mikrofon drin Im Standfuß Hallo Was glauben Sie was das für ein toller Effekt ist Wenn Sie das auf einer Party laufen lassen Jetzt sind wir mal ganz still Ich finde das nämlich auch toll Wenn man einfach mal so mit dem Fuß Auf den Boden klopft daneben Achtung Da weißt du auf jeden Fall Wenn jemand unbefugt in dein Zimmer geht Oder in deine Wohnung geht Wenn die Lampe auf einmal Party macht Wahnsinn Wir haben die in zwei verschiedenen Farben Das hier ist die schwarze Ist toll ne Das ist total spiel Ich liebe diese Lampe Wirklich Die haben wir in schwarz Bei Moni steht sie auch noch in weiß Die haben wir auch gleich noch Sie müssen sich für die Farben entscheiden Aber gerade so wie wir das bei Moni Da eben im Zuspieler gesehen haben Ja Diese beiden da hinterm Sofa Das sah doch einfach klasse aus Ja das sah richtig toll aus Und toll ist eben auch Wie viel Sie hier sparen Bei unseren Geschenke Ideen für Männer Wir sehen es hier nämlich bei Pearl.de Werden wir bei 130 Euro Für diese wunderbare WLAN-Stil Oder auch Eckleuchte Mit dem schwarzen Fuß Würde ich jetzt mal sagen Das schwarze Montell Wir haben das gleich auch noch in weiß Auch da wieder für 39,99 Euro Und Sie sparen hier ganze 90 Euro Also das ist wirklich fantastisch Ich weiß nicht wie wir es machen Aber nutzen Sie unbedingt die Gelegenheit aus Ich nenne Ihnen auch direkt noch die Bestellnummer Das ist die ZX5123 Und die 569 Und jetzt haben wir das Ganze auch noch in weiß Das sehen Sie jetzt hinter mir Wir haben es gerade rosa beleuchtet Das ist ja auch eine sehr sehr schöne Farbe Rosa habe ich für dich beleuchtet Aber man kann natürlich ja auch hier wieder Jede Farbe unter der Sonne kann man hier darstellen Und auch mehrfarbig Wie wir es hier mal sehen Also das ist ein ganz ganz toller Effekt Den Sie hier mit dieser indirekten Beleuchtung Bei sich zu Hause machen können Der Preis ist der Wahnsinn Gesundheit Da soll ich wirklich Entschuldigung Das ist live Fernsehen Der Preis ist der Wahnsinn Nicht mal 40 Euro Egal ob schwarz oder weiß Beide haben den Preis 39,99 Euro Es macht einfach Spaß Damit hier für die richtige Atmosphäre zu sorgen Ja, deshalb seien Sie schnell beim Bestellen Auch hier die weiße Variante Für 39,99 Euro Das ist wirklich unglaublich Hier die ZX5124 Und die 569 Die Bestellnummer Also das waren doch schon mal richtig tolle Geschenkideen Und das auch noch hier immer zum TV-Sonderpreis Sehr beeindruckend Aber es geht auch richtig beeindruckend weiter Schauen wir direkt Ja, wir haben ein absolutes Trendprodukt für Sie hier Oh ja Es geht um eine Fitness-Smartwatch Und das ist so ziemlich die beste Fitness-Smartwatch Die wir im Programm haben, finde ich Wir machen es möglich Eine Fitness-Smartwatch mit der Qualität und der Ausstattung Da erkläre ich Ihnen gleich alles Hier für diesen unglaublichen Preis Ihnen anbieten zu können Unter 60 Euro Und das ist etwas, was man normalerweise nicht bekommt Diese Fitness-Smartwatches sind sehr teuer Sind auch ein Statussymbol irgendwo Aber schauen Sie sich die mal an Die ist einfach richtig, richtig schick hier Ich habe sie bei mir schon seit 12... Aber du hast fleißig Schritte gesammelt Ich habe seit um 12 Uhr mittags Habe ich sie mal rangemacht Auf der Fitness-Smartwatch Hier natürlich sieht die super elegant aus Hier in diesem viereckigen Gehäuse Wir haben hier ein schwarzes Armband Sie kriegen aber zwei Armbänder Du hast das graue Armband Deswegen bist du heute so viel durchs Studio gelaufen Weil du so motiviert warst, Schritte zu sammeln Ja, weil ich gearbeitet habe Nicht, weil ich motiviert war, Schritte zu sammeln Also wir hätten mal sehen müssen Wie Ingo durchs Studio gelaufen ist Jetzt klingt das so, als wenn ich extra wegen der Uhr durchstühle Nein, weil du so motiviert warst dadurch Weil man endlich mal sieht, wie viel man läuft Das ist es Das ist eine Fitness-Uhr Das heißt, sie zählt die Schritte Die zählt die Kalorien Die zeigt Ihnen ihre Vitalwerte Also Herzschlag, Blutdruck Und all diese Sachen Blutsauerstoff Kann ich hier alles drauf ablesen Und sogar Auswertungen machen Guck mal, ich habe jetzt hier auf meiner Uhr Heute Ich weiß nicht, ob wir es reinkriegen 7178 Schritte gemacht Hier sehen wir Ich muss ein bisschen drehen 7178 Schritte Bald ist der Kreis voll Bald ist der Kreis voll Ja, weil du so motiviert warst Guck mal, hier kannst du auch an der Uhrzeit sehen Wann ich besonders aktiv war Das ist so klasse hier Und Langzeitauswertungen machen Weil jedes Datum Jeden Tag wird hier Das gespeichert Ich kann meinen Schlaf kontrollieren Ich nehme es mal wieder raus aus dem Bild hier Ich kann meinen Schlaf damit kontrollieren All diese Vitalwerte Das ist einfach klasse Dass ich das jetzt hier An dieser Uhr machen kann Natürlich kann ich die Uhrzeit sehen Und das eben auch Auf vielen verschiedenen Ziffernblättern Die ich ganz einfach wechseln kann Und wir haben jetzt hier das Standard-Ziffernblatt Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen Ich versuche das mal hier in die Kamera zu drehen Das kann ich ganz einfach wechseln Das finde ich eben auch sehr toll hier Guck mal, hier kannst du jetzt verschiedene wechseln Wow Und du kannst hier online noch mehr holen Da gibt es dann unendlich viele Ich habe hier mal ein sehr schönes Weihnachtsmotiv zum Beispiel gemacht Oh, das ist schön Ist das nicht cool? Ich finde das toll, dass man das jeden Tag nach Stimmung und nach Belieben ändern kann Dass man sich da definitiv nicht festlegen muss Bei einer analogen Uhr hat man natürlich immer das gleiche Ziffernblatt So und hier kannst du frei nach Stimmung Jetzt zur Weihnachtszeit hin So ein Weihnachtsziffernblatt nehmen Oder wenn du, weiß ich nicht, gerade Sport machst Nimmst du den etwas sportlicheren Look Und ich finde, dass Smartwatches Einfach ein absolutes Must-Have sind mittlerweile Also wer hat keine und wer keine hat Der ist nicht mehr up to date Und es ist einfach so ein Statussymbol Eine Smartwatch zu haben Oder eine Fitnessuhr Und das finde ich einfach unglaublich Auch hier in dieser Optik Und dass wir das möglich machen Dass die gerade mal 56,99 Euro kostet Ist wirklich irre Weil die ganzen Funktionen Die in dieser ganz kleinen Uhr verpackt sind Die sind atemberaubend Und so unendlich Also bis du alle Funktionen dieser Uhr Einmal ausprobiert hast Nächstes Jahr Weihnachten schon Da haben wir dann schon Weihnachten 25 Ingo hat mir diese Uhr hier leider nicht geladen Weil er wollte nicht, dass ich genauso wie so ein Kaninchen Durch Studio laufe Machen wir morgen Das machen wir morgen, genau Machen wir eine Challenge Machen wir eine Challenge Aber ich finde die einfach richtig schön Egal ob jetzt an einem weiblichen Handgelenk Oder an einem männlichen Handgelenk Und man bekommt zwei Armbänder, hast du gesagt, oder? Man bekommt zwei Armbänder Ja, noch besser Ups, man bekommt zwei Armbänder Ich habe jetzt hier das Schwarze Aber auch Schlaf Weißt du, dann kannst du sehen Wie gut hast du geschlafen Wann hast du gut geschlafen All diese Sachen kann man hier ablesen Wir haben einen Kalorienzähler Wo ich sogar 100 verschiedene Sportarten einstellen kann Klar, wenn ich jetzt Fahrrad fahre Verbrauche ich andere Energie Als wenn ich Fußball spiele Oder Badminton spiele Und das Ganze hier eben Für deutlich unter 60 Euro Das hat auch noch ein Mikrofon Und einen Lautsprecher drin Das heißt, wenn mein Handy mal klingelt Muss ich nicht mein Handy rausholen Gerade im Winter Wenn das irgendwo dick in der Jacke drin ist Kann ich einfach so Hallo, hier ist Ingo Was gibt's denn? Hallo Nachrichten kann man auch empfangen Egal ob das WhatsApp, Facebook, Insta Du hast sie mir doch geladen Ich habe sie einfach ausgestellt Du hattest sie ausgestellt Das finde ich ja auch super Dass man die wirklich komplett ausmachen kann Wenn man jetzt mal sagt Man braucht die nicht Weil ich kenne Fitnessuhren oder Smartwatches Die kann man gar nicht ausstellen Sondern die sind daueran Und hier, dass man die wirklich ein- und ausstellen kann Finde ich super Und dieses unglaublich helle Display Finde ich wirklich toll Das ist nicht zu aufdringlich hell Sondern es hat so diese perfekte Helligkeit Und auch die Auflösung Mega, dass wir das hier alles haben Aber ich sehe auch Wir haben hier auch ChatGPT drauf Ja Und das ist wirklich unglaublich Ich meine, es ist ihr Helfer Ihr Assistent Ihr Reiseführer Ihr bester Freund Alles in einem Weil man kann hier ChatGPT wirklich alles fragen Man kann jetzt Wenn ich jetzt mit dieser Uhr irgendwo bin Und sehe Eine Sehenswürdigkeit Und möchte wissen Wie der geschichtliche Hintergrund Dieser Sehenswürdigkeit ist Dann frage ich einfach Wann wurde der Kölner Dom gebaut Und wie lange hat es gebraucht Und dann sagt mir das die Uhr Und dass das alles in solch einem kleinen Gerät ist Und dass wir unabhängig vom Handy sind Mega Unglaublich gute Qualität Natürlich ist die wasserdicht Natürlich hat die eine ewig lange Laufzeit Bis zu 20 Tage Das ist fast ein ganzer Monat Jetzt bis Weihnachten muss man sie nur einmal laden Wenn Monis Handy mal so lange halten würde Ja, 20 Tage Wie lange hält dein Handy? Ein paar Stunden Ein paar Stunden Die kommt bald Aber sie kommt rechtzeitig zu Weihnachten Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Ganz, ganz tolles Weihnachtsgeschenk Natürlich auch für jedermann Auch für Kinder Wir haben es jetzt hier bei Männern Männer freuen sich natürlich auch drüber Da sind sogar zwei Spiele drauf Wenn man mal irgendwo im Wartezimmer warten muss In einem Zug fährt Also ein Hightech Wearable Wearable bedeutet Technik, die ich am Körper trage Super schick dabei hier Und ganz toll hier für unter 60 Euro Also wirklich ein mega, mega schönes Geschenk Da wird auf jeden Fall ein großes Grinsen Am heiligen Abend sein Wenn man eine solche schöne Fitness-Smartwatch auspackt Die Bestellnummer ist die ZX-5677 Und die 569 Ich finde ja eh, dass Smartwatches, sag ich mal, das absolute Trendprodukt 2024 sind Also ist das eine extrem schöne Geschenkidee Und das nächste Produkt ist auf jeden Fall ein absolutes Must-Have auf jedem Urlaub Deswegen fliegt es, äh, deswegen kommt es hier Ja, nicht nur im Urlaub, das kann man wirklich immer brauchen Es ist auch sehr interessant Es ist wirklich ein Master für den Urlaub Ich habe hier mal sehr viel reingepackt Das erschrecken Sie sich nicht Wir haben hier ein Lexikon Dann bekommen wir jetzt ein Lexikon Reiseführer Reiseführer Und das können Sie dann Damit kann man dann richtig Kommunikationen führen Wir haben diese Übersetzer schon eine ganze Weile Das ist jetzt das neueste Modell hier Wie gesagt, 137 Sprachen Wenn sie im WLAN sind Wenn sie nicht im WLAN sind Dann haben sie immer noch 17 Sprachen dabei Da sind so die wichtigsten Sprachen der Welt Sogar 139 139 Stimmt, ich habe 137 gesagt Also ich wusste nicht, dass es so viele Sprachen gibt Aber stellen Sie sich das mal vor 139 dieser Bücher in diesem kleinen Gerät drin Wahnsinn Welche Sprache sprichst du denn so? Also ich spreche Deutsch Natürlich Ich spreche Englisch Ich spreche petit peu Französisch Französisch Nur ein bisschen Es würde auf jeden Fall nicht reichen Um mich im Urlaub in Frankreich komplett verständigen zu können Aber sag mal, ich würde dir jetzt auf Deutsch eine Frage stellen Ja Könntest du mir dann ein bisschen auf Französisch antworten Wir wollen den mal ausprobieren Ja, ich versuche Mit Deutsch-Französisch Kommt drauf an, was für eine Frage du fragst Ich bin ganz einfach hier Wenn du mich Nuklearbiologie erklären lässt Dann definitiv nicht, nein Kann er auch Aber wir machen mal ganz einfach Guten Abend, wie geht es dir? Und jetzt wird er das gleich übersetzen So Und dann kann der andere hier Wenn er auf den unteren Knopf drückt Auf Französisch antworten Achtung, jetzt Ja, keine Ahnung was Mir geht es gut und dir Ah, sehen Sie, so kann man ganz normal hin und her sprechen Man kann Kommunikation führen im Ausland Ich glaube überall auf der Welt Das ist einfach fantastisch hier Man kann auch Und dann eben hier Also anstelle in diesen Büchern zu wälzen Kann man auch sogar optische Sachen übersetzen Ja, das ist echt toll Und das ist das Tolle hier Moni, hast du eine Ahnung, was hier drauf steht? Nein, ich frage mich überhaupt Ob das überhaupt eine Sprache ist Es ist eine Sprache Keine Ahnung, ob das überhaupt richtig rum ist Oder ob es nicht vielleicht so rum ist So rum ist richtig Griechisch? Ja, ist griechisch, ganz genau Ah, es ist griechisch Das ist jetzt so ein Schild Das würde zum Beispiel in einer Hotellobby hängen Ich weiß nur hier Ausrufezeichen Also und die Acht Das können wir jetzt auch mit diesem Übersetzer übersetzen Der hat eine Kamera drin Das wollen wir machen Und damit können wir jetzt den Text übersetzen Ich halte das mal hier vor Achtung Ich mache jetzt ein Foto davon Und jetzt fängt er an Sie sehen das hier, er scannt das Guckt ganz genau, was da steht Und jetzt hat er es mir übersetzt Was steht denn da schon? Heute Abend laden wir Sie zu einem kostenlosen Drink ein Sie können auch die Darbietung der Künstler genießen Heute ab 20 Uhr Das hätten wir verpasst Das hätten wir verpasst werden Keine Ahnung, was da draufsteht Kostenlose Drinks Kostenlose Drinks Wow Natürlich nehmen wir Ich finde, dass dieser Echtzeit-Sprachübersetzer eine solche Hilfe ist im Urlaub Weil man kann Das ist ja, wir können ja damit Sprachen übersetzen Aber wir können ja damit so viel machen Wir können damit abfotografieren, um zu gucken, was steht da Weil letztendlich ist es ja so Wenn man im Urlaub ist und diese Sprachbarriere da ist Dann versucht man sich ja immer so mit Händen und Füßen irgendwie zu verständigen Das geht ja alles per Kommunikation Aber wenn man dann mal irgendwie ein Schild liest oder eine Speisekarte sich anguckt Dann hört es ja dann auch irgendwann auf mit der Kommunikation und mit der Verständlichkeit Und da ist natürlich ein solcher Sprachübersetzer wirklich, wirklich hilfreich Denn auch nicht jeder hat immer das Smartphone dabei Und ich möchte auch mein Handy Mein Handy war super teuer Ich möchte das nicht im Urlaub immer mitnehmen Ja, und dann hast du die falsche App Und dann hast du keine Verbindung Und das ist alles Da sind alle Daten drauf und so weiter und so fort Wenn dir das Handy geklaut wird, dann bist du ja deine halbe Persönlichkeit los Und hiermit haben wir einfach wirklich etwas Das kann man immer guten Gewissens mitnehmen Weil es ist letztendlich einfach ein Helfer Der immer da ist, wenn ich gerade mal die Übersetzung brauche Und wir haben auch noch, und das macht den besonders, ChatGPT Das, was wir eben in der Uhr hatten, können wir hier auch drauf machen Wir können eben einfach Fragen stellen Was hattest du für eine Frage mit dem Kölner Dom noch? Wann wurde der Kölner Dom erbaut? Na, das fragen wir doch jetzt einfach mal Jetzt kommt nämlich der kleine Assistent hier rein Der sieht auch ganz putzig aus auf dem Display Jetzt drücke ich hier, also Wann wurde der Kölner Dom erbaut und wie lange hat das gedauert? Jetzt kommt hier schon die Antwort gleich Diesen ChatGPT können Sie alles fragen Der weiß wirklich alles Also, der Kölner Dom wurde offiziell im Jahr 1248 mit dem Bau begonnen Die Fertigstellung des Doms zog sich über mehrere Jahrhunderte hin Der Bau wurde im Jahr 1880 abgeschlossen Über 600 Jahre Wussten Sie das? Über 600 Jahre Ja, aber das ist das Schöne daran Du kannst alles einfach per Sprache fragen Du musst nichts irgendwie eintippen Du musst nichts, kann man natürlich da auch Aber diese Sprachfunktion Dass ich alles per Sprache machen kann Und nicht irgendwas tippen muss Nicht irgendwas nachlesen muss im Wörterbuch So schön Nicht nur jetzt zu Gebäuden Ich habe mir mal was Interessantes gefragt Ach, jetzt pass mal auf Ja, ich passe auf Wie lange gibt es den Shoppingkanal Pearl TV schon Und was macht der so? So, jetzt bin ich mal gespannt Das kann er nämlich auch Achtung Pearl TV, der Shoppingkanal Der Shoppingkanal wurde im Jahr 2016 gegründet Der Kanal ist vor allem bekannt Für seine Verkaufsformatinnen In den Vielfalt von Produkten Technik Haushalt, Mode, Fitness und Lifestyle Angeboten worden Wow Ist das nicht klasse? Der weiß alles Das ist super Das ist echt klasse Auch hier zum TV-Sonderpreis Von gerade mal knapp 86 Euro Die bestellen immer die ZX-5611 Und natürlich die 569 Und gleich nach dem Reisepass Würde ich den immer mitnehmen Das ist einfach nur wirklich hervorragend Ja Wir haben jetzt aber noch einen KI-Echtzeit-Sprachübersetzer für Sie Und auch den hier wieder zum TV-Sonderpreis Also wirklich richtig tolle Geschenkideen Ja, das war der, den wir Ihnen eben gezeigt haben Wir haben jetzt ein anderes Modell nochmal Der hier hat diese 139 Sprachen Wenn sie im WLAN sind Weitere, er hat 17 Sprachen Wenn sie nicht im WLAN sind Der neue hier, dieser hier Kann tatsächlich dann auch Sprachen übersetzen Alle Sprachen, wenn Sie hier eine kleine SIM-Karte reinstecken Das heißt, der ist jetzt 4G-fähig Und das auch auf der ganzen Welt Einfach eine SIM-Karte, eine Prepaid-SIM-Karte Irgendwo im Supermarkt kaufen Ist deutlich günstiger als hier Und dann sind Sie hier völlig überall auf der ganzen Welt abgedeckt damit Für ein paar Euro mehr können Sie sich diese Funktionalitäten noch dazukaufen Sonst die gleichen Funktionen Auch die Fotos übersetzen Die Sprachen übersetzen All die Sachen kann er auch Aber das eben jetzt auch unabhängig vom WLAN Indem Sie ganz einfach eine SIM-Karte reinstecken Das ist so cool, dass wir das sozusagen völlig unabhängig nutzen können Ich würde definitiv auch zu der Version hier tendieren Weil man da definitiv unabhängig ist von allem Einfach mit SIM-Karten drin Und schon ist der Urlaub sorgenfrei Aber letztendlich ist das ja kein Produkt, was man nur für den Urlaub nutzen kann Man kann ihn ja wirklich alltäglich benutzen Weil wir können mit unserem KI-Echtzeitsprachübersetzer alles machen Er wird zwar KI-Echtzeitsprachübersetzer genannt Aber man kann damit alles machen Man kann auch sagen, schreibe mir eine E-Mail Schreibe mir einen Brief Schreibe mir ein Gedicht Ralf hat mir damit schon mal ein extremst romantisches Gedicht geschrieben Was er, glaube ich, selber so nicht hätte verfassen können Also ist das Ein großer Romantiker Ja, das war so episch Also das war wirklich richtig toll Die bestellen immer hier für unseren Sprachübersetzer mit der SIM-Kartenfunktion Das ist die ZX5610 und die 569 Und Weihnachten sieht ja eigentlich immer richtig schön aus Wenn alle Geschenke schön verpackt sind Und nicht, wenn sie da irgendwie in Zeitungspapier eingewickelt sind Und deswegen haben wir jetzt hier einen gratis Ja, du weißt ja nie Wie kommst du denn da? Ja, du weißt ja nie Also viele Wege führen nach Rom Und hier haben wir ein Dreierset extremst edle Geschenkboxen mit einer blauen Schleife Die bekommen Sie ab einem Mindestbestellwert von nur 50 Euro gratis mit dazu Also Sie shoppen bei uns die Weihnachtsgeschenke für Ihre Liebsten, für die Familie Und dann ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro Legen wir diese drei edlen Geschenkboxen einfach on top mit dazu Mit der Bestellnummer Bitte jetzt die Ohren spitzen ZU504893 und der 569 Und da sieht man, wie einfach das Verpacken geht Man sieht, da Monika ist da total relaxed Kein Vorweihnachtsstress, kein Verpackstress Einfach die Geschenke in diese Boxen legen Und die Weihnachtszeit ist entspannt Weil letztendlich soll Weihnachten ja entspannt und besinnlich sein Wir brauchen alle keinen Stress an Weihnachten Sondern hier hat man Durch uns haben Sie schon mal keinen Stress bei der Beschaffung der Geschenke Weil wir geben Ihnen ganz viel Inspiration, was Sie so verschenken könnten Und dann noch mit diesem Gratisartikel Mit diesen Dreier-Set edlen Geschenkboxen Haben Sie auch keinen Stress beim Verpacken der Geschenke Die Bestellnummer, sag ich Ihnen nochmal, weil die doch etwas länger ist Das ist die ZU504893 Und ganz wichtig, die 569 Also wir drei sind schon extrem gespannt auf Weihnachten Wir freuen uns ganz, ganz doll auf Weihnachten Aber vor allem freuen Sie sich, dass Sie so schöne Inspiration hier bekommen haben Also ganz viel Spaß beim Bestellen und vor allem dann beim Beschenken Ihrer Liebsten Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!